Dominik hier, moin! Und hier noch eine Kameraempfehlung. Ihr wolltet unbedingt die Kameras zum Schwenken und zum Neigen. Und aus dem Grunde jetzt ein weiteres Modell, und zwar von der Firma Insta. Die wird vielen von euch bekannt sein, schon lange auf dem Markt. Aber schauen wir uns die Insta IN8015 HD mal im Detail an. Bevor es losgeht, möchte ich mich erst für euer Feedback bedanken. Und das wende ich auch gleich in diesem Video an, denn ich habe es etwas umgestellt. Die wichtigste Sache, die Timecodes unten für euch. Was euch interessiert, springt dorthin oder überspringt den Rest, der euch nicht so interessiert. Die Oberfläche, die müssen wir uns anschauen. Die ist echt genial. Schaut euch diese deutsche Oberfläche an. Nicht umsonst ist das von einer deutschen Firma gemacht worden. Das ist grandios. Da nicht unbedingt überspringen. Und ich bedanke mich auch bei euch dafür, dass ihr mich so unterstützt. Mit dem Daumen hoch, mit den Kommentaren und die Bestellung über meine Affiliate-Links. Die Insta IN8015 Full HD, so heißt sie nämlich. Und ich erzähle euch, während ihr die Bilder seht, einfach mal die Highlights. Es kommt ein Panasonic Full HD WDR Bildsensor zum Einsatz mit 1920x1080 Pixeln. Deswegen auch der Name Full HD. Ein 90 Grad Weitwinkelobjektiv, was man hier in den Aufnahmen ganz gut sieht. Nachtsicht automatisch mit 10 LEDs. Das sind Infrarot-LEDs, die da zum Einsatz kommen. Die Netzwerkverbindung geht per LAN oder per WLAN. Dabei kommt bei WLAN 2,4 GHz BGN zum Einsatz und bei LAN ein 100 Mbit-Anschluss. Integriert, und das ist das Besondere, ein PIR-Wärmesensor, der mit der Bewegungserkennung gekoppelt werden kann. Da gehe ich gleich nochmal detaillierter drauf ein. Steuerbar ist die Kamera über die Motoren, neigen und schwenken, ganz klar. Aber das Tolle dabei ist, wenn ihr die Kamera schwenkt oder neigt, dann wird kein Alarm weitergegeben, denn die Kamera weiß das. Ein integriertes Mikrofon, ein integrierter Lautsprecher, integrierte Alarmein- und Ausgänge, um weitere Sensoren anschließen zu können. Eine Erreichbarkeit über einen dünnen DNS-Dienst, der kostenlos ist, wird ebenfalls mitgeliefert. Oder Peer-to-Peer, auch da gehe ich nochmal ein, für all diejenigen, die es genauer wissen wollen, was das bedeutet. Drei Sekunden vor einem Alarm kann die Kamera schon aufnehmen, wenn man beispielsweise kein NVR-System nutzt. Push-Mitteilungen in die kostenlose App von Insta, Bilder per E-Mail, Alarmvideos per E-Mail oder und auf FTP, auf den SD-Kartensteckplatz. Übrigens geht es bis zu 128 GB im Mikro-SD-Speicherkartensteckplatz und es gibt den Insta-Cloud-Service, da sage ich gleich noch was dazu. Eine Daueraufnahme auf die SD-Karte ist ebenfalls möglich, die Fotoserie, Zeitrafferaufnahme per E-Mail oder auch FTP. Und die Kamera ist für die Stand- oder die Wandmontage geeignet. Das waren jetzt erstmal ganz kurz die Highlights zur Kamera, inklusive der Bilder, was sie so liefert. Schauen wir uns die Kamera einfach mal ganz kurz an. Sieht ein bisschen aus wie ein Alien, der Kopf, wenn man ehrlich ist. Das Interessanteste und der Fact, was mich beeindruckt an der Kamera, ist der PIR-Wärmesensor. Was bedeutet das? Normalerweise erkennt ihr das, es gibt häufig Fehlalarme. Sei es im Außenbereich zum Beispiel durch Nebel, durch Regen, durch Schnee oder es bewegt sich durch Wind irgendetwas, ein Gebüsch oder sonstiges. Dann hat man jedes Mal eine Bewegungserkennung. Das ist echt nervig. Und Leute, die eine Kamera einsetzen als Überwachung, können Lead von sinken. Dieser PIR-Wärmesensor, der reduziert die Fehlaufnahme, die Fehlalarme erheblich. Denn er kann gekoppelt werden mit der Bewegungserkennung, entweder in Bereichen oder über das gesamte Bild. Und so, dass ich sagen kann, wenn eine Wärmequelle wie ein Tier, wie ein Mensch oder auch ein Motor eines Autos im Bild ist, soll erst ein Alarm geschlagen werden. Das, wie ich schon sagte, reduziert die Fehlalarme erheblich. Das ist natürlich grandios. Die Kamera lässt sich 350 Grad horizontal schwenken und 100 Grad vertikal neigen. Was wird alles mitgeliefert? Das ist das Netzteil, das ist die Beschreibung, das ist ein LAN-Kabel. Ja, dieses Ding hier zur Wandmontage kennen wir schon. Schrauben für die Wandmontage, einmal die Bohrschablone und zur Objektivjustage. Sollte es unscharf sein, kann ich hier immer noch nachjustieren, sollte irgendwas mit dem Objektiv sein. Wir haben hier einen SD-Karten-Steckplatz, wie ich schon sagte, die Alarm-Ein- und Ausgänge, WPS und einen LAN-Anschluss 100 Mbit. Zusätzlich noch einen Lautsprecher, also Kopfhöreranschluss, so wird es hier genannt. Da kann ich einen Lautsprecher anschließen, falls die zwei internen Lautsprecher hier zu leise sind. Dann will ich doch mal testen, wie laut es ist, wenn ich das über die Insta-App reinspreche in mein Smartphone und es an der Kamera über die zwei Lautsprecher ausgeben lasse. Ich kann auch Ansprachen über die App oder über die Web-Oberfläche machen. Ich habe hier auch ein Mikrofon drin und die Wi-Fi-Antenne. Ebenfalls nochmal, falls ich es an der Wand montieren will, hier für die Schrauben oder eben hier rüber. Bei mir im Test, ich habe es wie immer per Wi-Fi getestet. Es gab keinen Ausfall per Wi-Fi. Ich war erst ehrlich gesagt schon etwas am Zweifeln, weil eine einzige Antenne 2,4 per BGN, ob das so klappt, ob das ausreicht. Aber ich war überrascht, es hat tatsächlich ausgereicht. Also ich kann nur sagen, ich bin überrascht an der Stelle, dass das so gut funktioniert hat. Gut, 1920x1080 bei 25 Frames per Second hat es wunderbar stoppelfrei übertragen. Das sehen wir auch gleich nochmal in der Oberfläche und in der Insta-App. Der Push-Service hat übrigens ebenfalls hervorragend funktioniert. Ich habe es immer gleichzeitig gemacht mit der Diskstation. Übrigens in der neuesten Version ist die Kamera dediziert und nicht nur per OnFive ansprechbar. Habe wie gesagt es parallel laufen lassen mit der Surveillance Station und der Insta-App und zack, der Push hat wunderbar funktioniert. Gleich möchte ich nochmal kurz ein Wort zu P2P, also Peer-to-Peer verlieren. Wer die Kamera einfach einrichten möchte, kann in der Insta-App via dem Pluszeichen die Kamera hinzufügen, den QR-Code scannen und sagen, ich möchte P2P haben. Dann nämlich wird über den Insta-Peer-to-Peer-Cloud-Service die Kamera erreicht. Es braucht keine Port-Weiterleitung, es braucht kein Dünndehner, es braucht kein gar nichts. Das nur zur Information. Wer es einfach haben möchte, kann es so machen, also auspacken, anschließen und es läuft prinzipiell. Dieser Service ist ebenfalls mit kostenlos. Was ich an der Stelle noch kurz erwähnen möchte, ist die Insta-Cloud. In Deutschland, wie gesagt, sitzt die Firma, das ist die Insta Deutschland GmbH und die bieten mit einem in Deutschland sitzenden Rechenzentrum auch eine Cloud an, worüber man im Diebstahlfall beispielsweise, ist das interessant, die Daten gleich in die Cloud hochgeladen werden. Ich habe hier 10 GB beispielsweise, wird die Cam geklaut, habe ich die Bilder zumindest noch und der Einbrecher oder der Dieb geht nicht mit der Kamera einfach weg. Was das kostet, das verlinke ich alles auf meiner Webseite, da gehe ich jetzt nicht näher dazu ein. Nur, wenn es jemanden interessiert, weil man vielleicht kein Überwachungssystem wie die Synology Disk Station hat, wie ich es einsetze, sondern auf eine zusätzliche Sicherheit hier setzen möchte, nicht nur auf die SD-Karte. Jetzt als letztes noch, bevor es auf die Oberfläche geht, was waren meine Erfahrungen? Ich war, wie gesagt, sehr positiv von dem Wi-Fi überrascht. Die Kamera ist für mich, ehrlich gesagt, besser als erwartet, weil ich hatte richtig Sorge mit dem Wi-Fi und alle Funktionen haben hervorragend geklappt. Was mir auch sehr gut gefallen hat, war definitiv die Oberfläche. Ich muss an der Stelle mal ein Lob an die Entwickler aussprechen, die haben einen verdammt guten Job gemacht. Ich habe wesentlich schlechtere Kameraoberflächen schon gesehen. Es ist einfach, es ist eine sehr große Anzahl einstellbar. Ihr werdet das gleich sehen. Man bekommt zudem alles auf Deutsch auch noch erklärt. Es gibt eine Hilfeseite im Internet, wo es ausführlich von Insta erklärt wird, für jeden wirklich. Deswegen brauche ich jetzt gar nicht so tief darauf eingehen. Das ist der absolute Wahnsinn. Wer sich da einliest, alles auf Deutsch und zwar nicht übersetztes Deutsch, sondern echt von Deutschen geschrieben, will ich jetzt nicht sagen. Das klingt ein bisschen komisch. Aber da ist mein Lob ganz klar, denn so etwas findet man eher selten. Was hat mir nicht gefallen an der Kamera an der Stelle? Was mir nicht gefallen hat, ist im Moment erst der OnFift-Zugriff von einer Diskstation, also einer Surveillance Station. Das hat bei mir nicht besonders gut geklappt. Dann kam endlich das Update, das habe ich auch bewusst abgewartet, der dedizierte Zugriff via dem von Insta an Synology gemeldeten Kameramodell, wo man eben angeben kann, hey, die Kamera kann dies und jenes. Das funktioniert jetzt hervorragend. Allerdings, und da sollte Insta vielleicht nochmal beigehen, die Bewegungserkennung muss von der Kamera gemacht werden und nicht von der Surveillance Station. Denn nur dann kann ich den PIR-Sensor mit einbeziehen. Oder alternativ, die Diskstation, die Überwachungsstation weiß Bescheid, hey, hier ist der Wärmesensor und nur dann auslösen, wenn eine Wärmequelle und nicht nur eine Bewegung im Bild ist. Das hat mir nicht so gefallen. Ansonsten kann ich nichts Negatives über die Kamera berichten. Ihr könnt euch ja die Reviews im Internet ebenfalls mal ansehen. Und jetzt schauen wir kurz auf die Oberfläche. So, das ist die Web-Oberfläche von der Kamera. Wundert euch jetzt bitte nicht. Wir sehen hier nicht das gesamte Bild. Aber in einigen der letzten Videos waren es einigen von euch zu klein und nicht lesbar. Deswegen habe ich jetzt einfach mal die Ansicht vergrößert. Damit vergrößert sich auch das Bild. Also nicht wundern. Ich gehe jetzt nur auf die wichtigsten Einstellungen ein. Und das Erste, was ihr feststellen werdet, ist eine sehr liebevolle, in Anführungsstrichen, programmierte Web-Oberfläche hier. Es ist einheitlich, es ist alles in Deutsch und so einfach gehalten wie möglich. Bekannte Elemente, das kennt man vom Smartphone hier an aus, sollte jeder eigentlich sich gleich zurechtfinden. Hier jetzt übrigens der Fernzugriff. Wir haben gerade über Peer-to-Peer gesprochen. Auch hier könnte ich scannen. Und der Dünn-DNS-Dienst ist ebenfalls mit dabei. Dünn-DNS und No-IP. Alternativ kann ich den Dünn-DNS-Dienst hier oben von Insta selber nutzen, wenn ich das möchte. Kann ich auch ausschalten und nur Peer-to-Peer nutzen. Ganz kurz die Multimedia-Einstellungen, Lautsprecher, Mikrofonintensität, die Videoeinstellungen sind hier zu finden. Die Bildeinstellungen für Tag für Nacht. Das lässt sich im Nachtmodus dann nochmal einstellen, auch erweitert. Und das Bild lässt sich um 180 Grad drehen, sowie auch entzerren von der Objektivkorrektur, weil es ja ein 90 Grad Weitwinkel ist. Bild-Overlays sind auch bekannt. Kann das hier Gartenhaus nennen, wenn ich möchte, wie ich das gemacht habe. Und die Privatsphärenkennung. Hier kann man vier Bereiche auswählen, wo ich sage, okay, der Bereich 1, der soll Privatsphäre sein als Beispiel. Dann wird dieser Bereich schwarz im Bild dargestellt. Hier die Features. E-Mail mit Empfängereinstellungen. Drei Empfänger, Alarm betrifft. Ich kann das alles einstellen, ganz wie ich möchte. Funktioniert hervorragend. Oder FTP. Ich kann es auch auf den FTP-Server hochladen. Jegliche NAS, die auf dem Markt sind, können das. Braucht also nicht unbedingt die Surveillance-Funktion eines solchen NAS. Die IR-Nacht-Sicht kann ich automatisch oder auch manuell steuern. Pan- und Tilt-Funktion, Startposition, Festlinge, Justagefahrt. Wir haben es vorhin im Video gesehen, kann auch deaktiviert werden. Alarmpositionen, Parkpositionen, automatisch anfangen. Und ein Punkt, den ich erwähnt habe, Alarme während der Fahrt unterbinden. Genial. So kriege ich nämlich keinen Alarm. Achtung, Bewegung erkannt, wenn ich beispielsweise meine Kamera bewege und die Katze, der Hund läuft durchs Bild. Ich kann auch PTZ-Touren fahren lassen. Die Anfahrtswiederholungen, man sieht es hier schon. Positionen 1 bis 3 und ich kann bis zu 8 hinzufügen. Ebenfalls die Verweildauer und so weiter und so fort. Eine manuelle Aufnahme. Wie lang soll die manuelle Aufnahme gehen? 0 Minuten ist unendlich. Oder ich kann sie zeitlich begrenzen. SD-Karten-Funktionen öffnen. Ich kann es im Browser öffnen, herunterladen. Die Aufnahmen von fern beispielsweise, wenn ich jetzt nicht zu Hause bin. Und auch die Karte formatieren. Status-LEDs kann ich ausschalten, wenn das gewünscht. Kann manchmal wirklich sinnvoll sein. Hier nochmal die Alarme in den Aktionen. Ich kann eine E-Mail senden lassen. Das ist ziemlich genial. Auch Video-Upload auf SD-Speichern an Cloud senden kann ich machen. Oder es eben ausschalten. Die Cloud hatten wir gerade schon. Auf der SD-Karte ein Bild speichern. Und nicht nur das Full-HD-Video, wie ich es hier angegeben habe. Auch einen Alarmton ausgeben. Audio-Alarm aktivieren mit der Sensitivität und dem Alarmausgang im Relais. Dazu mehr Details. Genau wie den Alarmeingang auf der Webseite von Insta. Die erklären das da viel besser, als ich es jetzt in diesem Video könnte. Die Bereiche hatte ich schon gezeigt. Der Zeitplan, den kann ich hier festlegen. Ihr seht immer noch wunderschön die Oberfläche, wie ich das finde. Was meint ihr dazu? Ich finde sie toll. Die Push-Benachrichtigung funktioniert ganz grandios mit der Insta-App. Wo ihr die findet, natürlich in den App-Stores. Und ich verlinke sie auch nochmal im korrespondierenden Post auf meiner Webseite. Ein Alarmserver, den kann ich auch benachrichtigen. Aufgaben, Fotoserie, Videoaufnahme, System. Ich kann bis zu drei Benutzer hier anlegen. Beziehungsweise Administrator, Benutzer und Gast. Sprachauswahl, ein Logbuch. Was hier alles passiert ist auf der Kamera. Und das Firmware-Update. Ziemlich genial. Wenn eine neue Firmware zur Verfügung steht, zeigt er mir das an. Und ich kann es direkt herunterladen und updaten lassen. Die Cloud hatten wir gerade schon und das soll erstmal ein kurzer Überflug sein. Über die Einstellungen hier in der Web-Oberfläche. Eines der schönsten Oberflächen, die ich bisher auf einer IP-Kamera hatte. Das war natürlich eine ganze Menge. Ich habe versucht, mich so kurz wie möglich zu halten. Trotzdem so viel wie möglich rüberzubringen. Auch meine Erfahrung. Ich hoffe, ihr fandet dieses Video hilfreich. Für mich der Daumen hoch wie immer. Das wäre klasse. Und ich bedanke mich auch dafür, dass ihr das Video angeschaut habt. Nicht vergessen, auf meiner Webseite habe ich extra nochmal was dazu geschrieben. Alle weitergehenden Informationen zu der Kamera findet ihr dort. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.